Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Video 7.5 Zueinander orthogonale Vektoren, Skalarprodukt. Uns geht es heute zunächst mal darum, wir haben bisher Vektoren addiert und subtrahiert und mit einer reellen Zahl multipliziert. Wir haben bisher aber noch nie Vektoren selbst multipliziert. Und ihr seht schon, es gibt hier zwei mögliche Sachen, die man machen kann. Zum einen etwas, das sich Skalarprodukt nennt und zum anderen etwas, das sich Vektorprodukt nennt. Das Vektorprodukt würden Sie erst in Kürze beschäftigen. Heute geht es um das Skalarprodukt und wir zeigen euch als Einstieg gleich mal ein paar Beispiele, was das eigentlich ist. Okay, als kurz eine Erläuterung zu den zwei Produkten. Das eine heißt Vektorprodukt, weil ein Vektor rauskommt. Das heißt Skalarprodukt, weil eine Skalar, ein Skalar rauskommt. Ein Skalar ist dasselbe wie eine Zahl, also eine Zahl kommt raus. Hier kommt eine Zahl raus, hier ein Vektor. Schauen uns ein Beispiel an, dann sehen wir, was das heißt. Genau, hier ist es ganz einfach. Man muss machen, die ersten Einträge muss man multiplizieren, also 1 mal 2, 1 mal 2 plus die zweite Zeile, da die Einträge auch multiplizieren, plus also minus 3 mal minus 5, plus minus 3 mal minus 5. Und wie geht es weiter? Na gut, plus minus 2 mal 0. Richtig. Und das rechnet man einfach zusammen. Hier gibt es 2. Minus 3 mal minus 5 ist plus 15, also plus 15. Und dann nochmal plus 0, denn die 0 als Faktor lässt das Ganze zu 0 werden. Schreibe ich gar nicht hin. Raus kommt 17. Es ist eine Zahl. Super, wenn die Zahl rauskommt, hat man es richtig gemacht. Gut, jetzt seid ihr selber dran. B und C macht ihr bitte auf dieselbe Art und Weise. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, hier haben wir es berechnet. Bei B kommt raus 1 mal 0 plus 0 mal 1 plus 0 mal 0 ist 0. Und bei C kommt raus 0 mal 1 plus 5 mal 0 plus 0 mal minus 3 ist 0. Okay, jetzt wundert ihr euch, warum haben wir euch Beispiele gegeben, die so leicht sind, wo immer 0 rauskommt. Ja, wir sind halt so nett. Ja, so sind wir ja. Nein, da steckt wohl doch was dahinter. Denn, wenn das Skalarprodukt 0 ist, dann gibt es eine schöne Eigenschaft, denn dann sind diese zwei Vektoren orthogonal zueinander. Das heißt, geometrisch betrachtet heißt es auch, dass ihre Pfeile dann orthogonal zueinander sind. Also im rechten Winkel aufeinander stehen. Wir schauen uns das gerade rechts mal an, an dem kleinen Koordinatensystem. Genau, denn einen Vektor habe ich hier jetzt schon mal Magenta eingefärbt. Der zugehörige Pfeil sieht so aus. 1 in x1 Richtung. Und der andere in Zyran geht 1 in x2 Richtung. Gut, und wie wir unser Koordinatensystem kennen, wissen wir, dass die x1 und die x2 Achse orthogonal zueinander sind. Und damit haben wir da einen rechten Winkel dazwischen. Okay, im zweiten Beispiel. Beim zweiten Beispiel sind diese Vektoren auch orthogonal. Das heißt, die Pfeile stehen auch orthogonal zueinander, oder? Gut, schauen wir es uns an. Der Vektor 0, 5, 0 wäre geometrisch gedeutet als Pfeil wieder auf der x2 Achse liegend. Und der Vektor 1, 0, minus 3 hat nur eine x1 und eine x3 Koordinate, keine x2 Koordinate. Das heißt, wir erinnern uns, dann liegt er auf der x1, x3 Ebene hier dazwischen. Und da die Koordinatenachse x2 senkrecht auf der Ebene zwischen x1 und x3 steht, sind auch die beiden Vektoren zueinander senkrecht. Und das ist auch das Wichtige heute. Wenn das Skalarprodukt, das so definiert worden ist wie hier oben, wenn das 0 ergibt, dann sind die zugehörigen Vektoren orthogonal zueinander. Und das schreiben wir jetzt mal auf. So, Definition. Der Term a1 mal b1 plus a2 mal b2 plus a3 mal b3 ist definiert als das Skalarprodukt Vektor a mal Vektor b der Vektoren a und b. Dabei ist der Vektor a natürlich bestehend aus den drei Einträgen a1, a2, a3 und der Vektor b aus den drei Einträgen b1, b2, b3. Wie ist denn das im Zweidimensionalen? Im Zweidimensionalen haben wir dann den Term a1 mal b1 plus a2 mal b2. Das heißt, die a3 und b3 Komponente fehlt. Die fehlt aber natürlich auch bei den Vektoren a und b. Gut. Und folgender Satz, wo jetzt das andere drinsteckt, was wir euch vorhin gezeigt haben. Zwei Vektoren a und b sind genau dann orthogonal, wenn ihr Skalarprodukt, also dieser Term hier oben, 0 ist. Haben wir schon an zwei Beispielen gezeigt. Dazu gibt es auch einen Beweis. Den findet ihr auf Seite 250 im Buch. Wir werden ihn hier nicht ausführlich machen, aber schaut ihn euch durchaus mal an. Der ist ganz interessant und eigentlich auch ganz gut nachzuvollziehen. So, Aufgabe 1. Die Geraden g und h schneiden sich. Die Frage ist, sind sie zueinander orthogonal? Hier bei der a, bei der gerade g und der gerade h, bei der b genauso. So, wir haben hier mal eine kleine Skizze gemacht. Skizzen lohnen sich eh sehr bei der analytischen Geometrie. Die zwei Geraden g und h haben wir hier orthogonal zueinander gezeichnet. Sehen wir hier an dem rechten Winkel. Wir haben beliebig eingezeichnet die beiden Richtungsvektoren, die irgendwo liegen können. Und jetzt müssen wir uns daran erinnern, die Richtungsvektoren geben ja generell die Richtung der Geraden an. Das heißt, sind die beiden Geraden zueinander orthogonal? Dann müssen auch die Richtungsvektoren orthogonal sein. Wir können uns vorstellen, wenn wir den pinken Richtungsvektor jetzt ein Stück nach links verschieben würden und den grünen ein Stück nach oben, das könnten wir ja machen, indem wir den Stützvektor an dessen Punkt, die rangehängt werden, irgendwo festlegen würden, sodass die sich schneiden, dann wären die auch orthogonal zueinander. Das heißt, wir müssen überprüfen, sind die beiden Richtungsvektoren orthogonal? Okay, das ist das Einzige, was wir überprüfen müssen. Und dann kann ich mal direkt anfangen. Fangen wir mal mit der a an und versuche jetzt das Skalarprodukt von den beiden Richtungsvektoren zu berechnen. Okay, also wir haben hier den ersten Richtungsvektor minus 4. 1,1. Danke. Mal 2, 9, minus 1. 9, minus 1. Ah, dann los geht's. Gut, dann fange ich mal an. Okay, minus 4 mal 2. Ich berechne es gleich aus, darf ich, oder? Ja, ja, sicher. Ist minus 8. 1 mal 9 ist 9. Und einmal minus 1 ist minus 1. Und dann habe ich hier den Vektor. Ja, Mann, stopp. Wir haben gesagt Skalarprodukt, weil das Ergebnis ein Skalar ist, ein Zahl und kein Vektor. Ach, Mist. Stimmt, ich hatte den Vektor. Ein Fehler, der häufig gemacht wird an der Stelle. Ja, ich habe ihn natürlich absichtlich gemacht, weil wirklich, das hier, ich streich ins Rot durch, mach das nicht. Nicht. Gar nicht. Aber wie es richtig geht, wisst ihr ja. Die richtige Lösung kriegt ihr auch gleich. Probiert es mal selber. Für beide Aufgaben. Richtig. In 3, 2, 1. So, die Lösung ist da. Hier gibt es Skalarprodukt minus 8 plus 9 minus 1 ist 0. Das heißt, es passt. G und H sind zueinander orthogonal, da die Richtungsvektoren zueinander orthogonal sind, da ihr Skalarprodukt 0 ergab. Bei der B haben wir es genauso gemacht. Skalarprodukt der beiden Richtungsvektoren gebildet. Hier gab es minus 23, also nicht 0. Damit sind die Richtungsvektoren nicht zueinander orthogonal. Damit sind auch G und H nicht zueinander orthogonal. So, Aufgabe 2. Bestimme alle Vektoren, die sowohl zum Vektor A, 3, 2, 4, als auch zum Vektor B, 6, 5, 4 orthogonal sind. Okay. Das heißt, wir suchen jetzt eine ganze Menge Vektoren anscheinend, die zu beiden definitiv orthogonal sind. Wenn ihr eine Idee dafür habt, probiert es mal. Wenn nicht, könnt ihr auch den Ansatz abwarten. Den zeigen wir euch in 3, 2, 1. So, wir überlegen uns folgenden Trick. Und zwar, wir überlegen uns mal einen allgemeinen Vektor x mit den Koordinaten x1, x2, x3, der zu A und B orthogonal ist. Was muss dann folgen? Naja, das Skalarprodukt A mal x und B mal x, ich habe es hier mit den Koordinaten hingeschrieben von den beiden Vektoren und von x, muss jeweils 0 sein. So, und die beiden Zeilen, die hier stehen, sind ein LGS. Und das können wir jetzt lösen. Probiert es mal. Für alle, die noch Probleme haben, ich gebe mal einen Tipp. So bin ich halt. Ach. Ihr könnt euch auch dann noch eine dritte Zeile vorstellen, wo einfach 0 gleich 0 steht. Und ihr wisst ja, was ihr dann macht, wenn ihr so ein LGS habt. Naja, dann habt ihr einfach die x3-Koordinate frei gewählt mit irgendeinem Buchstaben. Da war es aber viel verraten. Aber gut. Wir sehen ja nicht so. Probiert es mal. Die komplette Lösung gibt es dann in 3, 2, 1. So, wir haben das Ganze nochmal als richtiges LGS aufgeschrieben. Und die dritte Zeile mit 0 ist gleich 0 ergänzt. Tipp vom Herrn Fernrich. Werden wir gleich sehen, warum es gut ist. Ja gut, wir müssen erstmal hier die x1-Koordinate in der zweiten Zeile wegbekommen. Mal minus 2 und addieren. dann kommen wir auf diese Stufenform hier. Und wir erinnern uns, wenn eine Stufenform endet mit 0 ist gleich 0, dann können wir die x3-Koordinate frei wählen. Das machen wir mit einem Parameter. Dann nehmen wir hier t. Und dann lösen wir die anderen beiden Gleichungen auf, sodass wir x2 und x1 auch in Abhängigkeit von t kriegen. Das wären in dem Fall 4t und minus 4t. Mit t-elementarellen Zahlen. Dann ist das hier, dieser Vektor x, der allgemeine Vektor, der alle Vektoren beinhaltet, die zu 3, 2, 4 und 6, 5, 4 orthogonal sind. Wir machen mal ein Beispiel. Also wenn t1 wäre, wäre zum Beispiel ein Vektor, der gehen würde x1-4, 4, 1. Oder wenn wir für t-2 wählen würden, wäre ein Beispiel Vektor x2, 8, minus 8, minus 2. Also ihr seht, auch hier spielt das LGS mal wieder eine Rolle. Es wird uns immer wieder begegnen. Trainiert es, es zu lösen. Wir brauchen es. Gut, wir haben bis nächste Stunde. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.